Ist das die Idee von Schalke nur mit langen Bällen nach vorn zu spielen? Nein, das ist es natürlich nicht, aber wenn man das nötige Selbstvertrauen zur Zeit nicht hat, dann muss man auch versuchen, wenn man dann den Druck auf den Schimmern bekommt, auch andere Lösungen zu finden. Und die lagen heute meistens bei den langen Bällen. Das ist nicht großartig gefruchtet. Wolfsburg hat die deutlich bessere Spielanlage zu bieten, macht speziell Druck über die Außenbahnen. Ulic vergibt nach 26 Minuten die erste richtig gute Einschusschance. Kurz danach ist über links. Wie zuvor Trash kann nun Rodriguez mehr oder weniger ungehindert flanken. Virinja muss diesen Ball natürlich verwandeln. Erst fünf Minuten vor der Pause gelingt den Gästen der erste Torschuss. Naldo fälscht hier unglücklich ab und Glasjan Hütteler trifft nur den Pfosten. Das war Peck. Ebenso sein Zusammensfall mit Torhüter Benaglio Lünke lagern zur zweiten Halbzeit nicht mehr ran. Eine Knieverletzung gefährdet zudem seinen Einsatz im Champions League Playoff-Spiel. Nach dem Wechsel sieht es für einen Augenblick so aus, als sollte Schalke die Kurve kriegen. Ganz starke Aktion von Julian Draxler. Der eingeweckte Sponuier macht auch alles richtig. Es ist der Moment, an dem Königslauf die Weitenstellung verpasst. Der VfL nun mit einer Vielzahl von Eckwellen und starprallen Welten aufeinander. Robin Knoche zeigt, wie man sie verwertet. Schalke einmal mehr, wie nachlässig sie diese Situationen verteidigen. Nach der Führung in der 55. Minute geht es auch spielerisch. Ushidas Fehlpass und Huff zögern sind hilfreiche Faktoren bei Virinias 2 zu 0 nach einer guten Stunde. Wie ist es möglich, dass eine Mannschaft dann so richtig auseinanderfällt? Ja, das ist eine gute Frage. Das darf uns doch eigentlich nicht passieren. Bei der Erfahrung, die wir im Team haben, da muss jemand das Heft in die Hand nehmen und die Mannschaft wieder zur Ordnung aufrufen. Aber da sind wir dann total auseinandergebrochen. Wieder nutzen die Gastgeber die Gunst einer Ecke, mal so energischer als Fontana bei seinem Königslauen Start wie Hübs 3 zu 0. Auflösungserscheinungen bei den Gästen. Der letzte Treffer von Stefan Kutscht ist in der Entstehung eine Art Vorführung. Man wollte auch mehr Konstanz kämpfen. Jetzt muss man erst mal um das richtige Niveau kämpfen, wie ich finde. Jetzt müssen wir, wie Sie genau sagen, jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder zurückkommen, dass wir ganz einfach auch aus Sorge spielen und wir lernen sehen. Wir müssen ja auch mühsätzlich immer lernen, siehnen zu müssen, aber umsteigen Sie sagen, dass wir bei einem Dienstverschüler gegen Saloniki stimmen. Und da müssen wir natürlich ein Antwerp für sich ziehen. Nur zu viel. Es gibt wenig zu beschönigen, viel zu begradigen, und verheinsüchtig zu berichtigen. Das Spiel gegen Saloniki steigt erst an. Das Spiel gegen Saloniki steigt.